Was jenseits von Rechtsfragen die politische Frage angeht, so habe ich immer gesagt, dass man im Zweifel bereit sein muss, persönliche Ziele zurückzustellen und persönliche Ziele hinter das Wohl der Partei zu stellen. Deshalb habe ich mich an dieser Stelle heute trotz überragender Unterstützung und viel Zuspruch auch aus den eigenen Reihen entschieden, dass ich für das Amt des Landesvorsitzenden der CDU Mecklenburg-Vorpommern nicht zur Verfügung stehe. Ich möchte an dieser Stelle keine Belastung für die Partei sein und ich möchte, dass wir alles dafür tun, erfolgreich abzuschneiden bei den anstehenden Wahlen.